Fokus, Fox. Ich kenne das Teil aus. Vibes. Lacht die angekommen? Ja. Ja. Das ist das, was er macht. Ja. Das Ding ist wahrscheinlich nicht auf. Es ist nicht. Wir haben unsere Schlüsse, lass mal abhauen. Ja, klar. Irgendwo in einem Wald. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt haben wir in einer Stunde auch schon wieder Training. Wie ihr seht, sind wir in unserem Dome angekommen. Hier haben wir heute noch Training. Die Alphatiere, die pumpen sich gerade noch ein bisschen auf. Ne, die laufen gerade über den Ragen. Ah, hast recht. Stimmt. Wie auch immer alle Arme aufpumpen. Was machst du gerade? Ich bekomme einen kleinen Lauf. Du bekommst die Facilität hier. Alles sieht wirklich gut aus. Die Olympische Facilität ist hier. Schauen wir es mal. Ja. Pumping Iron. Ja. Okay. Oh, ihr seht wie ein Steve Oeckel. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Lane. Und heute ist der Maple Bowl. Das Finale der finnischen Liga. Ja. Viel Spaß mit dem Video. Okay. Wir sind jetzt im Bus und fahren zum Stadion. Und dadurch, dass Corona jetzt ein Thema in Finnland wird, haben wir jetzt Masken bekommen, die wir tragen müssen. Die müssen wir tragen, wenn wir aus dem Bus rauskommen, weil wir dann schon Fernsehen gefilmt werden. Und das war's. Aber hey. Wir spielen Football. Wir halten uns an den Regeln. Alles ist gut. Ja. 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 Wir haben alle angekommen. Wir haben alle schön unsere Masken an, wie wir sollen. Wurden alles schön vom Fernsehen gefilmt, wie wir sollten. Ganz schön ungewohnt wieder eine Maske zu tragen. Es ist das erste Mal in fünf Wochen, dass ich so eine Maske an habe. Für euch mag das ganz normal sein. Für mich nicht mehr. Aber ja, jetzt gehen wir in die Kabinen, ins Stadion oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung, aber wir sind da. Das ist das andere Mal. Ist es? Ja. Das ist warum es so weird ist, Bro. Das ist so weird. Das ist warum es nicht auf meine Gesichter ist. Du bist so stupid. Robert, warum nicht dein Beard unter dir ist? Für die Kamera. Was das ist das? 2019. 2020. 2020. Hey, hey, film das, film das. Oh, okay. Oh. Camera to camera. His camera is more expensive than mine. Hey Maplewood, baby. Let's go. Wir dürfen los. Okay, ich gebe die finnische Anweisung. Everybody, one thing. Once you go in, you don't come out. Okay, es geht in irgendwelche Katakomben. Okay, es geht immer weiter runter. Okay, es geht immer weiter runter. Okay. Hey, first one is offense. Unsere Warm-ups gehen jetzt los. Es regnet in Strömen draußen. Das wird ein ganz witziges Spiel. Ich bin getaped. Ich habe meine vier Rollen tape an meinen Händen. Zwei Rollen an meinen Füßen. Ich bin der Robocop. Es hat das ganze Jahr nicht so geregnet. Aber das wird interessant. Interessant, interessant. Es geht. Ich bin der Robocop. Jetzt sind aus Corona. Ja, sonst läuft das schon. كل Uhr verk enfin. Händen puff das hoch. Und Saat caua fahren auf. Thier noch wieder. Das Ganze kurz nach oben stay. Dann müssen wir weiter genießen. Musik 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 Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben die gleiche Energie von Tag 1! Hey, Elisha, was machen wir hier? Wir sind hier, man. Das wird großartig! Hey, wir haben Gold! Ich hab's euch gesagt, wir holen uns den Ring! Wir haben den Ring! MVP! 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 Message für die Leute, Elisha, Elisha. Got that Ring, baby. About time, huh? Hey, that was it. Hey, we did it. The end of the run. I say it was worth it. End of the run. We get some gold! We get some gold! We get some gold! Give her that gold! Oh! That's the umbrella for! Keita, on my camera! Ahhhh! Ahhhh! We golden, huh? Bring that trophy here, baby! Bring that trophy! Bring that trophy! Humblebeast! Humblebeast, baby! Good shit, Coach! We made! Winner game! We need it, man! Hey! That was 21 sips! Zip! 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 Niente! Zip! We score six! 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 Woohoo! Let's go! I need that! Hey! Oh my god! Oh my god! Let's go! Dang! That's tough! That's a tough one! Woo! 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 That's tough! Hey! 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 Yeah! 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 Hey! Rats, 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 Rats. Ich muss die Kamera kurz weglegen, es ist viel zu nass. Ich melde mich gleich. Okay, eine Sache, die muss ich euch auf jeden Fall wieder erzählen. Letztes Spiel habe ich meine Shorts angelassen, aus Versehen, dieses Spiel habe ich sie extra angelassen. Champs Baby, Champs. Hey, wir haben gewonnen. Jetzt geht es nochmal 3-4 Stunden nach Hause, After-Show-Party und morgen um 12 geht es schon zum Flughafen. Dann bin ich wieder zurück in Goodall, Germany. Wenn ihr das Video hier seht, bin ich wahrscheinlich schon ein paar Tage in Deutschland. Hey, thank you Coopio Steelers, thank you to everybody involved in this program. I love you all and I hope I see you guys soon. Champs, cheers. Bis zum nächsten Mal.